Ja, wir sind Melanie Lea, wir gründen BraU, das ist die erste Unterwäsche-Plattform und wir nutzen dafür eigens entwickelte Algorithmen, um Frauen den perfektensten BH zu ermöglichen. Also wenn du auf unsere Webseite kommst und dein BH kaufen möchtest, machst du als allererstes ein kurzes Fit-Quiz. Das dauert ungefähr zwei bis drei Minuten, wo wir einfach Fragen stellen zu deiner Brust, zu deinem Körper, aber auch dazu, wie du den BH einsetzen möchtest, was dir da wichtig ist im Trageverhalten. Dabei spielen wir dir auch schon immer einen sehr informativen und kurzweiligen Content aus, um dich auch einfach zu entertainen, während du das Quiz machst. Und dann am Ende des Quizes wissen wir genügend über dich und über deine Brust, um dir den BH zu empfehlen, der am besten zu deinem Körper passen wird. Ich glaube, so im Prozess der Gründung und auch so das Abarbeiten von To-Dos kann ja manchmal ein bisschen herausfordernd sein, weil einfach so viele verschiedene Dinge da sind, die man gleichzeitig machen muss. Und was mir da immer total hilft, ist auch für jeden Tag nochmal zu gucken, was ist eigentlich auf der To-Do-Liste, was sind davon Sachen, die ich realistisch heute schaffen kann und welche davon sind die wichtigsten. Also dann wirklich jeden Tag auch nochmal neu auf der ganz kleinen Ebene nochmal neu zu priorisieren, was möchte ich heute wirklich erreichen, sodass der Tag noch erfolgreich wird. Tschüss!